Servus, grüß euch! Ich möchte euch heute zeigen, wie Datenglaub im Jahr 2019 ausschaut. Bis zum nächsten Mal. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schon wieder, Kuno. Kann man noch ein Foto machen? Wollen wir sicher nicht. Hey, schau, bitte bleib da. Gut, dann auch nicht. Willst du dir das wieder eng schon ein Talks? Ja. Bis zum nächsten Mal.